Weitere jetzt, nächste Aufnahme. So, die Bäume müssen wir auch noch mitmachen. So, hier hat Ohrengeist aufgegangen, habe ich noch eine Schaufel hier. Nein, der Video hat keine Schaufel mehr. Da können wir uns ja erst einmal den Stein hier wegmachen. Ich muss gucken, ob ich noch irgendwo Eisen rumliegen habe. Ich muss noch mal bessere Spitzhacken bauen. Egal, ich sterbe mich gerade hier. So, 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 Söchen. So, Jammu ist schon mal ein bisschen Stein abgeerntet hier, sage ich jetzt einfach mal. Da kann ich ja schon mal den Weg ein bisschen erweitern. So, so, wo muss ich denn eigentlich hier hin? Ja, wir werden jetzt schon ein bisschen eine Weile zu tun haben mit den Wegen und mit dem, was wir noch alles vorhaben hier. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt jede Menge Werkzeug bauen. Na, die Kuh ist oben zum Federnplatz dort, sag ich mal. Was haben wir hier so schönes noch drin? Hier haben wir noch ein bisschen Holz, das trifft sich gut. Zäune haben wir auch noch. Die Werkbank haben wir ja hier unten. Wollte ich mal sagen. Machen wir uns noch ein bisschen Werkzeug hier. So, jetzt haben wir schon ein paar Stöcke gemacht hier. Das kommt dann alles ins Lager. Habe ich noch irgendwo Eisen? Na, ist aber sehr wenig Eisen hier. Das nützt uns eigentlich wenig hier. Gut, mache ich erst mal zwei davon. Halt. Hm, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Dafür müsste ich jetzt erst mal aussortieren. Ich würde sagen, wir sortieren erst mal aus, ein bisschen, bevor wir hier weitermachen. Ähm. Setzling kommt hier rein. Sand haben wir ja auch noch. Eisen. Das wollen wir mal hier hin. Das kommt hier hin. Und. Jo. Bisschen doof ohne Wege hier. Ach so, Kies. Warte mal, Kies haben wir in den Kies einsortiert. Na gut, ich tue... Ne, es ist ja... Wie sagen ich... Ne, ich will hier... Ich tue den Kies erst mal hier rein. Das ist, glaube ich, am besten. Oder hatten wir uns irgendwo schon mal Kiestruhe gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss da mal gucken, ob wir irgendwo noch eine Kiestruhe hatten. Erde? War doch hier. Die Truhe ist auch bald voll. Das ist die ganze Resterde hier. Das kommt hier hin. Holz. Holz ist Holz. Holzi Holz. Holzi Holz. Hier ist Holz. Wieso habe ich hier noch eine Strang gemacht an irgendeinem Schildchen? So, die Kohle haben wir da unten. Und den Feuerstein. Na gut, das reicht erst mal so. Ich glaube, das ist erst mal genug. Die Stöcke, die werde ich, glaube ich, mit hier einsortieren. So, wir haben noch ein bisschen Tankzeug gefunden. Das ist jetzt mal wieder ein bisschen drüber drin. Hier ist das Kies. Und das ist das Kies. Das ist das Kies.